So meine Freunde, moin zusammen, grüße euch zu diesem Video und ich habe schon ab und zu darüber berichtet, dass es Probleme mit brennenden Elektrofahrzeugen gibt. Das ist wirklich beängstigend, weil wenn man sich dann auch mit Feuerwehrleuten unterhält darüber, es ist saumäßig schwierig die zu löschen. Teilweise brauchen die 12, 20, 24 Stunden dafür, wirklich um so ein Fahrzeug zu löschen. Manche machen das auch anders, die bringen dann einen riesengroßen Container an, so ein, was weiß ich, 10 Kubik oder was das Ding hat, bringen den an mit dem LKW, hinten wird abgeladen, wird komplett befüllt mit Wasser oder einer speziellen Löschflüssigkeit und das ganze Fahrzeug wird für drei Tage oder noch länger da reingelegt. Was das allein ein Kostenpunkt ist, ist wirklich faszinierend und ich habe auch darüber berichtet, wie schlecht diese Elektrobusse sind, so zum Beispiel war es in Offenbach, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass sie eine Bergsteigung nicht fahren konnten. All solche Probleme, die hier einfach bestehen, aber dennoch versucht unser Staat hinzugehen und uns irgendwie alle mit diesem Elektro zu infizieren, ohne das jetzt böse zu meinen und ähnliches, uns in dieses System Elektro reinzupressen, auch wenn das System nicht ausgegreift ist und funktional ist, so wie es sein sollte, wie der Verbrenner beispielsweise ist. Und so geht das Ganze nämlich hier weiter, az-online.de schreibt nämlich hier, in Hannover, brandgefährlich, Städte ziehen Elektrobusse aus dem Verkehr. Und so heißt es hier weiterhin, weil Elektrobusse leicht in Brand geraten, nehmen viele Städte die teuren Anschaffungen wieder aus dem Einsatz. Eigentlich ist Niedersachsen in Sachen Elektroenergie im Busverkehr ganz vorne mit dabei, in einem Busdepot in Hannover im Stadtteil Mittelfeld kam es im Juni jedoch zu einem Großbrand, bei dem das Feuer neun Fahrzeuge des Verkehrsunternehmens Ustra zerstört hatte. Ursache, Akku eines Elektrobuses hatte sich entzündet. Und das ist wirklich eine Gefahr. Das ist eine Gefahr für alle Leute, die damit irgendwie in Berührung kommen, die in der Nähe auch von solchen Situationen dann sind. Darüber sollte man definitiv noch mehr aufklären und sich erstmal auch Gedanken machen, wie man das richtig löschen kann, dass das auch in kurzer Zeit umsetzbar ist. Denn so funktioniert das alles nicht. So ist das ein wirklich ganz, ganz großes Problem, wie ich finde. Es macht mir wirklich, ich mache mir, Angst macht mir es nicht, weil ich davon nicht betroffen bin, weil ich diese Systeme nicht benutze und hier auf dem Land gibt es das nicht. Aber ich mache mir Gedanken darum, um die Leute, die dort in der Nähe auch wohnen oder auch spazieren gehen oder auch sonst was oder auch die betroffenen Feuerwehrleute. Das ist schon, wisst ihr, es ist nicht einmal passiert. Es ist nicht ein-, zweimal passiert, es ist mehrfach passiert. Und wie viel muss noch passieren, damit da ein Riegel vorgeschoben wird, damit gesagt wird, es funktioniert nicht. Wir müssen uns eine andere Lösung ausdenken, weil mehrere Städte und Gemeinden und Verkehrsbetriebe haben sich schon gegen die Fahrzeuge entschieden und gesagt, nein, wir schaffen sie wieder ab. Hat uns zwar richtig viel, nein, Moment, sorry, hat den Bürger zwar richtig viel Steuergeld gekostet. Es war ein Versuch wert, aber es funktioniert einfach nicht. Wir müssen ein paar Jahre abwarten, bis weiter geforscht wurde und andere Lösungen, die funktional sind, zur Verfügung stehen. Schreibt eure Meinung unten rein, abonnieren nicht vergessen, bis zum nächsten und ciao.